Michael Ischak! Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Ja, energischer Vorstoß! Und drin! Klasse Tor! Per Flugkopfball macht er den hier rein. Behrens. Gute Aktion! So gerade noch über die Latte gelenkt. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch viel Krug. Unglaubliche Parade. Wird das was? Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Gefährlich! Nico Gieselmann! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. ich los habe einen solchen D Kimmel. Ich bin der Fall noch ein paar Mal.